In der Copa del Rey kommt es in Spanien bereits im Halbfinale zum Gigantentreffen zwischen Barca und Real Das erste Spiel von zwei findet am Mittwochabend in der katalanischen Hauptstadt statt Wir liefern euch alle wichtigen Informationen zum Duell der beiden ewigen Rivalen. Die Partie zwischen Barca und Real wird nicht im deutschen Fried TV gezeigt In Deutschland überträgt der Streaming-Dienst der Sohn die Partie live und exklusiv. Der Streaming-Dienst der Sohn überträgt das Spiel live ab 21 Uhr 40 Minuten nach Abpfiff der Partie fasst der Sender die Highlights der Partie auf Abruf nochmal zusammen Mit der Derson-App könnt ihr das Top-Spiel auch an mobilen Endgeräten mitverfolgen. In der Liga zieht der FC Barcelona an der Spitze seine Kreise, musste am Wochenende allerdings eine aus Sicht der Blaugrana empfindliche Punkteteilung gegen Valencia hinnehmen, weshalb die gesammelte Konkurrenz aus Madrid wieder näher heranrücken konnte Mit sechs Zählern ist der Vorsprung auf den zweiten Atletico dennoch komfortabel Real hingegen konnte in den vergangenen Wochen aufholen und sieben der letzten acht Pflichtspiele gewinnen Die Niederlage gegen Leganes im Rückspiel des Pokals kann man dabei getrost unter den Tisch fallen lassen, da man nach dem 3-0 im Hinspiel daheim die Zügel etwas schleifen lassen konnte In der Liga stehen die Königlichen auf Rang 3, haben aber acht Zähler Rückstand auf den Erdserrivalen Klassikos sind generell hart umkämpft und meist weniger mit spielerischem als mehr mit kämpferischem Glanz gesegnet Zudem ist es das Hinspiel, wo die ganz große Brisanz noch ausbleiben dürfte Beide Teams werden darauf bedacht sein, ihre Ausgangsposition für das Rückspiel entsprechend vorteilhaft zu gestalten Daher könnte es ein von Taktik geprägtes Spiel werden, bei dem beide Teams eher auf Sicherheit bedacht sind Diener